So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses Podcasts, eine kleine Bonus-Folge und ja, wir wollen heute, zunächst einmal wünsche ich euch allen frohe Weihnachten, ich hoffe ihr hattet einen wunderschönen Tag, aber die eigentliche Idee ist, dass ich das neue Mikrofon austesten möchte, was ich bekommen habe, dazu gibt es auch einen Unboxing auf dem YouTube-Fanal, ich weiß nicht genau, ob heute oder morgen, mal schauen wie lange es dauert, aber ja, relativ simpel, wahrscheinlich am Morgen oder übermorgen so rum, aber ja, ich will sagen, wir switchen jetzt mal ganz kurz zum neuen Mikrofon. So, das ist das neue Mikrofon, ich tue mal ganz kurz mein altes Newton und ja, dadurch, dass was reinkommt, seht ihr auch, dass auf jeden Fall die Audio-Input da ist. Ich habe noch nicht, das Mikrofon ist noch nicht ganz perfekt eingestellt, da muss man vielleicht nochmal ganz kurz gucken, ob man vielleicht irgendwie was boostet oder sowas noch darauf haut, keine Ahnung, inwieweit, es gibt ja auch so digitale Mischpultsoftwaren, sowas werde ich auf jeden Fall noch verwenden, aber ja, das ist erstmal so ein kleiner Eindruck von meinem neuen Mikrofon, ich bin mit dem relativ zufrieden, ist auf jeden Fall ein ungefülltes Feeling jetzt auf einmal sowas neben sich zu haben, das kann ich auf jeden Fall sagen, aber ich hoffe mal, dass sich meine Audio-Qualität damit jetzt einfach mal verbessert hat und ja, viel länger möchte ich auch nicht reden, weil ich meine, das Ganze ist ja auch eine kleine Bonus-Folge und ja, deswegen, hoffe ich, euch hat diese Mini-Nano-Bonus-Episode gefallen und ja, haut rein, tschüssi.